Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, endlich ist Sarek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dorn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht's, Liro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Sarek Besh unsere Gewürzrouten ausbeutet. Dad, Jan, ich treue mir alle. Schuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Sarek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Wow. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, hm? Dank, Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt es erstmal Futter. So, und damit willkommen zu Star Wars Outlaws. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Was haben wir hier? Wir brauchen richtiges Essen. Hier haben wir einen Datenblock. Wo ist das Geld? Okay. Wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von diesem Fall abzuhalten. Aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Heeler im Arbeiterviertel gefragt. Und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir drei Tage. Snee. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Mhm. Das können wir hier nicht machen, schon, wa? Na, wir haben noch was. Nee. Könnte bald. Nein, aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich hab ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Andere Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sag dir schon gut, Bram. Wir haben jetzt einen defekten Datenstift. Den wir... Scheinbar reparieren. Ich überleg gerade. Ich glaube, ich mach mal hier. Ich hab gerade überlegt, ob ich die Kamera mal versetze. Aber ich glaub, ich lass das doch so. So mal hier. Ist das nicht etwas zu viel Bohnter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Nein. Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnurr dich irgendwo anders durch. Meinst du hier noch irgendwas? Ja, ne? Ist nur die Küche. Okay, hier können wir wetten. Aber nee, das machen wir nicht. Okay. 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 Äh? Äh? Auto entdeckt. Arbeiterviertel. So was wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komm ich ihn mir holen. Der kleine Wibbelwind da? Nein, der macht sowas nicht. Okay. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja, die hast du immer, Kay. Ja, wir haben immer Pläne. Sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto Cup. Wir sind auch jedes Jahr mehr zu lassen. Viel los heute. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Oh, nix. Aktionen. Halte gedrückt, um alle Aktionen zu sehen, die nix aktuell ausführen können. In verschiedenen Situationen können nix... Okay. Auf dich ist Verlass, nix. Auf dich ist Verlass, nix. Was? Waaah! Oh. 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 Nix. Nix. Ich mag jetzt... Ich mag nix jetzt schon. Aber wir sollen jetzt erst mal da lang, ne? Ich mag nix. Ich mag nix jetzt schon. Aber wir sollen jetzt erst mal da lang, ne? Ja, das letzte Mal. Halte dich einfach an die Aktion. Da ist Preban. Reban. Nopatakei. Jijijinogabetisa Tugamna. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anjichu sa tajis galif. So sa uba ropa datis. So unbitch krispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Ha. Aber Kanto sa ti uba. Ja. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban. Hilf mir ein letztes Mal. Dann bist du mich für immer los. Okay, wir müssen Karets schieben. Was ist eigentlich hier? Wollen Sie sehen, was ich auf Lager habe? Das ist also nur ein Händler. Die behaupten, dass sie uns beschützen, aber wir beschützen uns vor denen. Das sind, also das sind Händler. Okay. Okay. Weiter so. Ja. Ah. Wir können Tiere streicheln. Wir können Tiere streicheln, Leute. Wir können Tiere streicheln. Oh ja. Hey. Schleich mal rüber und hol das. Sehr interessant übrigens, dass es keinem auffällt gefühlt, ne? Ich hab genug Teile geborgen, um die sechste Sippe zu schieben. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Das ist egal, woher das Zeug liegt. Kredits sind Kredits. Und irgendwer braucht immer Ersatzteile. So, wir können streicheln. So. 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 Komm her. Geht es doch nicht? Ich hab gedacht, das geht. Es ist ja schon. Das geht hier sau. im kreis haben wir schon gefallen aber warum kommt die info So, wenn wir hier was machen könnten. Entschuldigung, okay. Jetzt habe ich hier den Bock, alle hier auch zu rauben, oder was? Oh, da ist noch einer. Das ist doch so, Mama, ne? Okay. Das ist hart. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Das war für Sie ja letztes Jahr, aber jetzt muss ich kümmern weiter. Ja, das muss ich kümmern, oder? Ja, doch, wir brauchen Konflikt. Nee, gibt's hier nicht zum Mopsen. Okay. Gut. Dann können wir jetzt dahin holen. Ich habe gedacht, es gibt noch mehr. Also, mehr an dann hier Polizisten, die hier ausrollen können. Ist ja okay. Na gut, probieren wir ihn aus. Ich finde da einen Weg in den Club. Aber es ist doch hier nochmal. Funktioniert prima. Okay. Kanter Schöpfung, weil es. Also, du musst im richtigen Moment. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Tasos. Das ist unser Ticket in die Freiheit, Nix. Und im Handumdrehen sind wir reich. Können wir nix eigentlich auch streicheln? Ja! Nix kann gestreichelt werden. Hahaha. Hm. What the? Kommst du glauben, was die Leute so wegwerfen? Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Converter gefunden. Du weißt, dass doch die sechste Sippe ist. Meine Kredite habe ich auch verbraucht. Vielleicht dass man ihn streicheln kann. So, tun wir hier. Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. So. Wir sollen jetzt irgendwo... Suchen wir unseren eigenen Eingang. Einen Weg finden. Oh, warte mal hier. Wir verbrauchen die Lägezelle. Zieh weiter. Kredits. Wir brauchen Kredits. So. Finden wir mal einen Weg hier rein, ne? Ja? Hier scheinen wir durchzupassen. Ah, okay. Jetzt stehen wir vor der Tür, oder was? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das stimmt. Das stimmt. So. So. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal.